Das ist ein Freundlich. Nur ein Mann. Einer geht. Ich wollte das. Ich wollte einfach große, ich werde es ja putzen. Einfach so ein Maß. Das ist eine große Liederzellreiz. Wir können uns einmal holen und selber trinken. Kein Becher mit dem Eimer. Ich wollte kein Becher mehr haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020